I'm Kerry Campbell and this is your Green Party Minute. Christa Sager, wer sind Sie und was ist wichtig für die Green Party in den kommenden Jahren? Ich bin Christa Sager, ich bin grüne Bundestagsabgeordnete aus Hamburg und Sprecherin für Wissenschaft und Forschungspolitik. Mir ist es besonders wichtig, dass wir in Deutschland für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen. Wir haben ein sehr merkwürdiges System in Deutschland, das schon bei neun- und zehnjährigen Kindern entschieden wird, auf welche weitergehende Schule sie gehen sollen und dann wird schon getrennt nach den Begabten und den weniger Begabten. Das hört sich im internationalen Ausland sehr merkwürdig an und ist auch sehr merkwürdig. Ich möchte auch, dass der wissenschaftliche Nachwuchs in Deutschland beste Berufsmöglichkeiten und beste Berufschance bekommen. Und dann ist mir besonders wichtig, weil dadurch bin ich überhaupt zu den Grünen gekommen, dass wir hier die Atomkraftwerke abschalten und auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz setzen. Christa Sagen, danke. Ich bin Kerry Campbell. Das war Ihr Green Party Minute.